meine Leute zu der ersten Folge von Roblox haben wir tatsächlich eine besondere Aufgabe weil wir müssen aus ja der Schule rauskommen also entscheidet bis wir hier in Polen also wir müssen bisschen länger zack und jetzt so oh hier geht's lang Checkpoint so zack hier rüber hier rüber hier rüber irgendwie ist jetzt hier ein Alarm so und da sind wir jetzt schon bei Checkpoint Nummer 2 ich glaub hier durch etwa oder ist das jetzt eine Labyrinth? Ich hasse Labyrinth wir müssen etwas finden ich hab das nicht zu Ende gelesen oh ach da so ja hier sind wir unsere richtige Seite so und hallo, dich überholen wir auch mal ganz kurz so nächster Checkpoint können wir ja easy game oh also ich sag mal so im richtigen Leben wenn wir jetzt schon tot wenn wir sie, also nicht tot, aber vielleicht jetzt die Beine gebrochen oder so so auf jeden Fall hier dürfen wir wahrscheinlich nicht auf die roten Dinger kommen was hier und spring so denn hier rein oh da ist schon der nächste Checkpoint Checkpoint bei welchem Stage oh wir sind schon bei Stage 8 so ich hasse sowas hier zu balancieren so hier lang zack was müssen wir jetzt hier machen so da bestimmt wieder rein oh digga bin ich zu belut so ähm falls ihr geile Maps kennt in Roblox schreibt die mir doch gerne mal in die Kommentare dann kommt dazu vielleicht demnächst auch mal ein Video was ist Gymklasse wir sind jetzt bestimmt irgendwo so in der Ton in der Tonal habe ich es nicht gesagt oh was ist los Checkpoint well hello Oval Games it's time es ist Zeit für die Gymklasse ich glaube äh ich glaube die Gym ich habe die Gym Bohnen ach egal komm es ist zu schwer ich gebe auf ich wanne zu Hause hä ich wanne zu Hause egal das müssen wir glaube ich nicht checken so zack Leitersprünge wie oh zack zack und rein oh und rein geht nicht so hier rüber hier zack 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 so hier durch die Tür Chippoint es ist nicht über Oval Games dein Job ist es ja ach grrr 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 hä was müssen wir denn jetzt machen wird sie wieder rein ne ich glaube wir müssen hier einfach kurz rüber laufen oder machen wir uns nach scheiß drauf einfach hier rein alle sind sie weg alle sind sie weg bruder achst du es okay wie ein Pferdchen mache ich das so dann hier lang gut ich glaube jetzt hier nein Warum? Hä? Ach so, hier. So, so. So, 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 so. So, nächster Checkpoint bei Stage 17. Oh, da ist jemand gestorben. Glaubst du, das schafft man? wir müssen ein klassenzimmer wähle die wähle die richtige tür ja bestimmt ist sie ganz hinten leute hallo klasse heute ist heute wir gelten ach egal ob ihr bei mischen wieder gerade irgendwas alles was ich zu tun habe ist nicht dieses ding zusammen zack 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 du kannst jetzt ins ein geschlag ach egal ich lese einfach das zeug einfach nicht mehr vor südland ich lese auf das tag nicht mehr vor der profi oh was ist denn das jetzt scheiße ok eiscreme hier sehen sie ein gewöhnliches eis und das ist ein lollipop und das was sie da im spiel gesehen haben ist ein ich weiß ich bin dumm so hier auf gummi bärchen hüpfen lila blau blau ist ich weiß ich würde mit roten mitgehen t ruhe der profi so hierüber blau rosa und zack und ein so du bist ich lese auf das tag schick einfach nicht mehr vor so was sind wir jetzt hier 23 ach so da oben geht es ja rein oh was ist denn jetzt hier im labyrinth ach ey ich hasse ne da gehen wir jetzt ganz bestimmt nicht rein denn muss es hier auf der set ja ja da haben wir diese mastercard und offen ach jetzt müssen wir wieder hier auch guten tach was ist hier ist ja einfach ähm hallo könnte ich jetzt mal bitte wieder jetzt mal hier vielleicht mal es wird übelst peinlich wenn wir jetzt hier sterben sind wir aber nicht oh gott sei dank auch nie ach so ich dachte jetzt kommen wieder hier diese scheiß fußballspieler ach laber doch da was da willst mich interessiert das eh nicht upala aber müsste nicht holz eigentlich sobald da ein kleiner tropfen da so von der also sprachen lernen babbel sobald da ein bisschen laber rankommt müsste das da nicht eigentlich brennen oder erlebe ich gerade komplett hinter dem mond digga ist doch jetzt hier nicht deren scheiß ernst der profi so jetzt ordentlich zack hepp und man ist diese ansicht dann geht das wahrscheinlich ein bisschen besser der profi so haben wir das berührt kein einziges mal digga ich mach das jetzt hier weiter zack 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 ich glaube das war aber auch wirklich das einzige wo wir jetzt die meisten Tode drin haben oder so und ab jetzt wirst heute ich jetzt ich so 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 Hat der einen Schnuller in den Küche? Wo, wo jetzt hier lang? Achso, jetzt müssen wir hier richtig Spind suchen. Hm. Keiner, kein... Oh, doch. Da war er anscheinend. Zack, hier runter. Checkpoint gleich mit ausgelöst. Und mit springen ist man anscheinend schneller. Zack, exaktemento. Easy game. Der Profi, der... Wir müssen schwimmen, ich hasse schwimmen, hier. Also, ich will nur mal kurz was zu Minecraft sagen. Ähm, wir müssen das Minecraft-Projekt nochmal neu anfangen, weil, ähm, meine Festplatte geschrottet wurde. Ich musste mir jetzt erstmal nochmal eine neue Festplatte kaufen und ja. Deswegen wird es ein neues Minecraft-Projekt geben, denke ich mal, ganz stark. Ja. Aber erstmal haben wir jetzt ja diese Map hier zu erledigen. Was ist jetzt hier los? Checkpoint. Hä? Gut. Einfach schnell durchgesprungen. Egal. Oh, sind wir erst da? Oh, mein Gott, Digga. Wir sind erst da. Was wollen die? Nehmen wir einen Junge? Ein Mädchen. Na, ne, wir sind heute mal ein Junge. Äh, ich glaub mal hier. Kann man auch hier rausspringen? Der Profi, Digga. Digga. Oh. Ja, ich glaub, ne, das geht dann also halt mal doch nicht. Zack. 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 Und ab jetzt werden wir alles in und ab jetzt ein bisschen Oh, damn it, Lee. Wir hatten gleich den Ja. So. Guten Tag, das sind Faffi da. Gut. Gut. Damn it. Wir müssen ruhig bleiben. In der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, Forst capacity würde ich mal sagen, nicht? Wo geht es jetzt hier lang? Wo geht es hier lang? Oh, jetzt habe ich mich verlaufen. wir gehen hier alle dinger raus wir sind beim ersten mal verscheidiger was los was passiert jetzt habt ihr irgendeine flüssigkeit vielleicht da müssen wir jetzt aufpassen nicht nicht dass nachher je noch ist bestimmt als das was ausgetreten ist doch falsch perfekte perfekte schmeckt um ja auch nee Der Profi, Digga! Dann setze ich euch mal ganz kurz einen Cut, bis wir nach der Hälfte gelaufen sind. So, da sind wir. Zack, 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 zack. Oh, ein schwarzes Loch. Anscheinend haben wir jetzt schon gewonnen. Oder was ist jetzt hier los? Oh, wir können rutschen! Jupiter, Badu! Hä? Hä? Der Profi, Digga! Ja, da sind ja die Football-Spieler gewesen. Das ist die ganze Map, die wir jetzt durchgelaufen sind. Ja, da sind die Rohre. Hier ist dieser Chemie-Portal. Diesen Checkpoint müssten wir ja wohl haben. Der Profi, Digga! Interessant. Jetzt können wir bitte- Cool. Jetzt möchte ich gerne blau. Skibit, djp, skibit, djp, skibit, djp, 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 djp. So, dann, da wird einfach mal jetzt hier hin. so und damit meine lieben Freunde würde ich die heutige Folge Roblox auch gleich mal beenden und dann sehen wir uns bald wieder zu einem neuen Video, haut rein Leute, ciao ciao